Ja, so kann man es beschreiben. Ich gehe ganz locker an die Sache ran, werde super von den Jungs unterstützt und wenn dann solche Bälle kommen wie beim Tor gestern, dann muss man es einfach nur noch machen. Ich denke, wir haben gestern gesehen, dass die anderen Jungs auch voll da sind, voller Leidenschaft, voller Kampf und das Spielerische kommt davon ganz alleine irgendwann auch. Vom Kampf her war es die letzten 14 Tage schon auf einem sehr hohen Niveau, versucht uns einen klaren Kopf zu bringen, versucht, dass wir einigermaßen befreit aufspielen können und fußballerisch müssen wir auf jeden Fall natürlich noch zulegen. Ich denke, in unserer Situation können wir einfach jeden Punkt gebrauchen, ist auch egal gegen wen und auf die nächsten Wochen kommt es jetzt einfach an. Ich denke, der Mut und der Glaube, die sind eigentlich die komplette Zeit vorhanden und dadurch, dass du gestern, obwohl du in Rückstand gerätst, noch einen Punkt holst, ist das natürlich sehr wichtig für die Moral gewesen und das hilft uns auch für die kommenden Wochen. Es wird ein sehr kampfbetontes Spiel, denke ich. Ich erwarte eine überragende Unterstützung von unseren Fans wieder, dass das Stadion brennt und ja, genau so wollen wir es auf dem Platz auch machen. Ja, also ich muss sagen, gestern war ich absolut beeindruckt. Wir lagen lange Zeit zurück und die Stimmung war trotzdem Weltklasse und es war ein Heimspiel für uns und ja, das ist einzigartig hier. Stadion brennt, Stadion brennt, Stadion brennt, Stadion brennt!